bevor mich der letzte Part jetzt so genervt hat will ich es jetzt noch mal wissen und wir versuchen das nächste Level und ihr seht es geht hier von Abschnitt zu Abschnitt wer Returns kennt, der kennt es und ja, somit willkommen zu... äh, ne... Moment mal, ich kann... kann ich überhaupt... ne, ich kann noch keine... ...kenn ich... neben kaufen, vielleicht kann ich ja mal und somit willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze in der letzten richtigen Welt und ja, ich mache mich bisher nicht allzu schlecht ist alles gefroren, habe ich schon mal erwähnt, das ist nicht so, wie der Fan-Film von Kälte und Eis ok, kein Schwimmen erlaubt als kleine, feine Erinnerung an Donkey Kong Country Returns, dass man nicht schwimmen konnte ok, ja gut ja, die schwimmen da einfach mit oder was ok alles klar, Rometer ja, das ist auch so logisch ok, schnell, schnell, schnell ah Zeit danke sehr gefährlich ich habe es heute eh herausgefunden hallo du hallo wow fetter Pinguin nix kicken fehlt ok 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 das war jetzt auch nicht gerade so groß versteckt, aber... oh Gott na, was soll's ok kein großes Zeitlimit also schon, aber das macht jetzt überhaupt keine Angst wo ist der Harp im Spieler? wo ist der Harp? keiner gut das heisst, es ist Passorteil Nummer... 2 und 5 ey echt fair gemacht ja, Kicks und Picks fad so wir schauen die ganze Zeit ok ihr seid ganz fair ihr seid ganz fair Danke ich habe eine Ziel Zielübung gemacht oder was ok ich gehen jetzt mal her vorne hin von denen von denen und wenn sie zählen ZIIIIEL Nein, das ist auch so logisch! ...Minten der Logik. Krrrr! Ziii! Ziii! Ist egal. Geholt ist geholten. Und Ziii! Torikon ist sein Ziehvater. Das ist ein Basel. Heidi, hau ihr Landraten! Ja, auf den Nerven. Was kommt hier so? Hm. Ist hier was versteckt? Was soll denn das jetzt? Ach, nur wirklich lustig, oder was? Ist hier was versteckt? Sag mir die Wahrheit. Ach, ich glaube ich weiss warum. Hm, deswegen. Nein, passt der Teil! Was ist los? So ist das plötzlich so einfach. Ja, es ist einfacher als... ...die ganze andere Welt. Äh, recht in der Basel. Geht das? Sag mal. Ja! Und er hält sich sogar mal fest! Was ganz Neues. Ja, ich bin hier sehr... Sehr, sehr, sehr vorsichtig. Ja, ja. Nein! Ich will nicht getroffen werden. Sieben, ich... Ja! Das war auch so fair! Ich hasse es nur ein Leben zu haben. Wenn ihr wisst, was das auch meine ich. So. Hier müssen wir nichts holen. Das ist gut. Das ist auch gut. Läuft, läuft, läuft. Seht ihr? Ich stehe hier! Aber macht er was? Hö! Jetzt muss ich noch mal drücken. Und jetzt geht auch endlich was. So. Jetzt machen wir Keks. Okay. Nur noch mehr. Danke! Da ist schon immer ein Herz drin. Ich hab gar nicht gewusst. So. Danke schön. Das hat dich gelohnt. Ich hoffe, das lohnt sich jetzt auch. Gut. Das bringt nichts. Das haben wir jetzt gelernt. Vielleicht hat es mir viele Puzzletalier haben. Drei! Aber fast keine Pompostange. Also gut. Wohin hatten wir aber. Wie ist das ich meine? Ähm. Ja. Eigentlich anders geplant. Ich finde auch die Logik so witzig. Danke. Okay. Ja. Den hab ich nicht mehr gedacht. Kann ja mal passieren. So. So. Läuft. Ich muss die Fische das mit dir machen lassen. Ja. Kannst du das mal greifen? Ich frage ja nur. Ich fache. Ich fache, dass ich dich nicht mehr zurückgelegt. Ich fache es nicht mehr. Töne. was habe ich denn berührt ich habe es nicht ich habe es nicht ich habe es nicht Okay, Mabek, come on, ihr habt die Gandy, Mabek, 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 Mabek Läuft Hat schon was entspannendes, oder? Hat schon Hat schon Hat schon So So Ist möglich, danke Muss mich kurz konzentrieren, tut mir leid So, 4 von 5, und Was soll die Kombust haben? Es gefällt mir mal wieder Ja Ich spreche es auch, ich spreche es auch Soll er auch alle sein? Zum Leben? Pst Hm Macht nix, macht nix, macht nix Gut gelöst hier mit dem Eiswasser, das Das verhindert Hier mal Nicht so geplant Überhaupt nicht so geplant Ähm Soll ich das verstehen? Achso Okay Ist er gut Todel Und nochmal mit Gefühl Jetzt wird immer Gefühl So Mal weg da Ihr nervt Schöne Musik Ein bisschen drücken, aber doch nicht Gut Gut War schön, dass du nervst, oder? Warte Warte, hier gebe ich noch eins Check es out! Und jetzt Ich bin hier Was ist hier? Okay Nein! Hm genau was hat so arg muss ja immer das ist alles gewesen den buchstaben manchmal hier du kannst du mal aufhören zu nerven sehr verbunden fuckabund gut ich glaube dass er sich am wasser angeht dass das wasser berührt hab aber gut kann nix sagen ja auf zu maulen läuft ja das wasser nervt ich dachte die letzte welt gut bei returns wäre schwer und ist auch schwer ach genau 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 verarsch mir einfach spiel hey was Mann! Hör auf, Spiel! Hör einfach auf! Also so hart mit dem Wasser geht es in Returns, aber nicht um ein kleines Wasser tödlich, aber... Ja gut. Ah, danke. Ich mach gar nicht verarscht. Keineswegs. Ich fühl mich nie... Weisst du was? Weisst du was? Letzte Welt, leck mich! Gell? Du bist eine kack Welt! Du bist eine absolute kack Welt! Du sonst nichts anders machst in Zukunft bist du für mich abgeschrieben, ey! Nein Returns waren nicht so schwer! Also jedenfalls die Welt... Ich hab so ein Gefühl! Ich hab so ein Gefühl! Wie die Welt so schwer war, mein ich mir einfach so! Jetzt glaube ich, muss ich mich ein bisschen beeilen! Alles sammeln... Alles sammeln... Das kommt mir! Geh weg! Ich glaube jetzt... So geht's! Ja das ist... Ja... Ja... Ich denke da war so... Was soll's? Du gehst ja viel Kicks! Weisst du das? Okay... 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 Oh Mann! Weisst du was? Geh mir aus! Das ist du Affe! Oh, das ist doch mein, der Penguin. Papa, das ist die Schnauze voll von dieser Welt. Das war unser Hund. Ja. Entschuldigung. Moment mal, ich versuch's jetzt mal anders. Ich bin hier! Da-düm-da-düm-da-düm. Ich dachte, der springt jetzt da, aber gut. Soll nicht sein, oder? Nein. Dieser Part ist so richtig am Arsch. Und ich freu mich auf die nächste Welt. Ja, genau. Ich fasse dessen Schnurrhaare an und Schnurrbart an. Alles klar, Spiel. Alles klar. Gar nicht verarscht. Ähm, hallo! Ich hab' mal gelernt, dass man meinen Mann richtig Charmed, dass man da hochkommt, aber gut. Ja, nix sagen, ne? Ja, nix sagen, ne? Ja, nix sagen, ne? Ja, nix sagen, ne? Aber... Da sieht man... Wenn es eines gibt. Das hänge ich sehr, sehr an. Geht nicht! Geht nicht! Es geht einfach nicht! So, noch einmal und dann ist Schicht im Schach! Geht nicht! Und... Okay. Barsch mich noch mehr. Du nervst! Wie Sau! Immerhin Bananen! Ja genau! Komm gegen Rohr! Das Rohr gewinnt! Alles klar Spiel! Alles klar! Ich renne das Level jetzt auch noch durch. Ich will gar nicht wissen... Ah! Okay! Dankeschön! Hättest du nicht gedacht! Hättest du nicht gedacht! Läuft! Natürlich! 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 Alles klar! Alles klar Spiel! Was ist denn jetzt los gewesen? Was? Hab ich jetzt schon den Staub in der Luft dran gekriegt oder was? Hä? Muss ich das verstehen? Geh mir aus der Sicht! Ja was auch! Das noch machen! Sonst haben wir alles! Das freut mich sehr! Oh nein! Das war gut! Ja wahnsinnig gut! Man merkt! Kannst du mal... Wieso? Ich fahr gar nicht mehr! Ich fahr gar nicht mehr! Nein! Treff mich! Ich hab so Angst vor Wasser! Uhuhuhu! So! Das war verdient! Das war verdient! Puff! So! Ich sag wenn es gefahren hat! Daumen hoch! Abonnieren! Ich geh noch Leben kaufen! Bis dann! Tschüss!